Das Anwesen sieht fantastisch aus, Victoria. Wie bekommt ihr denn die Umstellung? Mir gefällt es hier. Ich liebe es zu backen und die Blumen zu arrangieren. Die haben uns pensioniert. Du kannst nicht den Schalter umlegen und jemand anderes sein. Was sollen wir denn jetzt nur tun? Ich übernehme hier und da einen kleinen Auftrag. Ich kann es nicht lassen, verstehst du? Hi, hier ist Sarah. Frank Moses. Hey, was läuft denn so? Nicht sehr viel. Versuchen Sie es mal ein bisschen mehr nach rechts. Ja, so ist es. Perfekt. Wieso wollen Sie mich töten? Dieser Kerl läuft irgendwie nicht ganz rund. Man hat ihm täglich LSD verabreicht und das elf Jahre lang. Tja, dafür sieht er großartig aus. Fantastisch. Ja. Sollten wir nicht mal darüber sprechen, dass die CIA als Tötungskommando benutzt wird? Und Sie alles daran setzen werden, uns zu finden und umzubringen? Wir trommeln die Truppe wieder zusammen. Das ging voll daneben, Opa. Hat Kodeski dich trainiert? Ja. Tja, und ich Kodeski. Red.